Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Mr.Millanistan, ich grüße euch zu einer neuen Folge Milan Talk. Ja Freunde, heute kommt mal eine weniger dynamische Folge, da ich gerade gegessen habe und mich in einem absoluten Tief befinde. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich jetzt mal eine Milan Talk aus einer gechillten Position mache. Ich hoffe, ihr kommt darauf klar. Ja und bevor ich in den Tiefen, meiner Tiefe verloren gehe, wollte ich noch ein paar Punkte ansprechen, weil es ist ja jetzt wieder ein bisschen was passiert bei Milan. Jetzt wurde der Transfer von Di Masio, also von Laxail zu Milan, wurde von Di Masio als perfekt gemeldet. Offiziell ist es noch nichts, aber es soll halt wirklich danach ausschauen, dass wir Laxail zu sehr günstigen Bedingungen oder Konditionen verpflichten. Ich sage euch ganz ehrlich, ich kenne Laxail schon länger, wie die meisten von euch auch und ich muss mich als Fan von Laxail outen. Ich finde den gut und ist für mich einer der underratedsten Spieler der Serie A, der jetzt nochmal bei der WM gezeigt hat, was er eigentlich drauf hat. Er ist schon wirklich ein sehr, sehr starker Linksverteidiger. Er hat beispielsweise bei der WM Mbappé komplett ausgeschaltet. Also da hat er wirklich, hat er mir sehr imponiert, war mehrmals in der Elft des Spieltages bei der WM und hat mir auch gegen uns immer sehr gut gefallen. Ich kann mich an Spiele erinnern, wo sich Susu so dermaßen schwer getan hat, wo er De Lofeo so krass ausgeschaltet hat. De Lofeo hat nichts gemacht. Also der ist im Defensiven 1 gegen 1 ist ja schon sehr, sehr stark. Der ist auch schnell, der hat einen guten Antritt, der ist beweglich. Der hat auch nach vorne was drauf. Aber wenn man ihn jetzt mit Ricardo Rodriguez vergleicht, würde ich sagen, Laxail defensiv eine Spur besser, vor allem schneller. Aber nach vorne und in Sachen spielerischen Flair ist für mich Ricardo Rodriguez schon besser. Auch die Flanken von Rodriguez sind präziser, die Standards, die er schlägt und so. Aber wenn man sich jetzt einfach mal die Konditionen vor Augen hält, dann muss ich schon sagen, ist Laxail für mich attraktiver. Aber wenn ich jetzt die Situation unseres Kaders betrachte, denke ich mir, was willst du mit einem Laxail? Also warum verpflichtest du oder willst du einen Laxail verpflichten, wenn du doch schon zwei eigentlich gute Linksverteidiger hast? So, dann gibt es ja nur zwei Optionen. Einmal Option A, was die Medien sagen, bla, Strinic wäre physisch in keinem guten Zustand. Aber beim besten Willen, Freunde, da gehst du nicht hin und verpflichtest nochmal einen dritten Linksverteidiger für diese Summe. Auch wenn sie günstig ist, aber das machst du nicht. Vor allem, weil wir auch in der Primavera auch das ein oder andere Talent hätte. Zum Beispiel mit dem Bellanova oder so. Ich meine, das ist ein Flügelverteidiger. Ich kann mich aber auch täuschen, aber ich meine, er ist auch ein Flügelverteidiger. Aber Bellanova wäre zum Beispiel einer gewesen. Dann, ja, weiß ich nicht. Also, macht für mich keinen Sinn auf jeden Fall, um das jetzt mal Option A abzuschließen. So, und dann hast du Option B. Option B, dass ein Abgang im Raum steht. Ich persönlich glaube nicht, dass Strinic gehen wird. Also, ist für mich eigentlich schon fast ausgeschlossen. Ich denke, Riccardo Rodriguez ist da eher ein attraktiver Spieler für einen Wechsel, der uns nochmal ordentlich Geld in die Kassen spülen könnte. Und dieses Geld könnten wir dann zur Verpflichtung von jemand anderem investieren. Ihr wisst schon, von wem ich rede. Aber auch da gibt es zwei Optionen. So, also das ist jetzt, wie heißt es, die andere Variante, an die ich persönlich mehr glaube. Ich glaube, einer wird gehen. Rodriguez oder Strinic. Ich tendiere zu Rodriguez. Da wird PSG als Interessent beispielsweise gehandelt. Ich habe aber auch gelesen, dass sogar Real Madrid an dem interessiert war. Das ist schon ein paar Wochen her so. So, aber Theo Fernandes hat die zum Beispiel verlassen. Das weiß ich. Und wer weiß, wer dann da im Gespräch ist. Das wird sich dann nochmal zeigen. So. Und, ja, das ist auf jeden Fall meine Meinung, welche Option da, also dass die zweite Option da eher für mich zutreffend ist. So, dann hast du jetzt natürlich noch die Variante. Man möchte Geld, weiteres Geld schaffen, um ein attraktiveres Angebot für Milinkovic-Savic zu machen. Ja. Um ihn dann nach Mailand zu lotsen. Oder du lässt dich mit PSG auf einen kleinen Tauschhandel ein. Ja. Das PSG nämlich Rabiot ziehen lässt. Dafür von uns Rodriguez bekommt. Ja. Und dann haben wir mit Laxate auch schon Ersatz für Rodriguez verpflichtet. Das ist eine der, also das ist die zweite Variante, wofür das Geld dann ausgegeben werden könnte. Ne. Die Medien haben jetzt noch angefangen, ja, Bonaventura und Susu könnten auch noch in den Deal eingeschlossen werden. Ähm. Sag ich euch ganz ehrlich, glaube ich nicht. Ich glaube auf gar keinen Fall Susu. Bei Bonaventura, also der geht mir auch nicht mal so sehr ab, ne. Hat schon stark nachgelassen. Hat mir in der Vorbereitung auch nicht wirklich gefallen. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir den abgeben. Wäre schon krass. Borini, ja. Borini definitiv. Und Lazio hatte auch direkt am Anfang des Mercatus schon Interesse an Borini. Also Borini ist safe eigentlich, dass der zu Lazio geht. Weil er auch einfach kein Faktor für uns ist, ne. Und da, wo er stark war auf den defensiven Außenbahnen, wird er halt nicht mehr eingesetzt, ne. So. Wofür Borini aber natürlich noch eine Idee wäre für einen dritten Angreifer, ne. Falls Higuain sich verletzt oder Kudrone, ja, dann hast du schnell Not am Mann da vorne. Und dann kannst du natürlich mit einem Borini da arbeiten, ne. Der ist halt sehr flexibel. Den kannst du überall einsetzen. Den könntest du auch theoretisch gesehen als Rechtsverteidiger einsetzen, bis der Conti wieder fit ist, weil der bis November am Sack ist. Aber wir haben ja auch noch Abate. Und ich denke mal, Abate bleibt auch deswegen, weil, ähm, blub, weil, äh, Texthänger diese. Ähm, genau. Weil Conti ja bis zum Winter fehlt. Mann, ich bin so ein Matsch in der Birne. Aber, Freunde, ne, wir haben ja noch einen weiteren Transfer zu besprechen. Ähm, ah ne, um das mit Borini abzuschließen. Er ist, aufgrund seiner Flexibilität, vielleicht in der Hinrunde noch ganz interessant für uns, aber, äh, falls der Deal mit Milinkovic-Savic zustande kommt, ist Borini eigentlich safe weg. Ne, da bin ich mir sicher. Also, dann die nächste Personalie, Castilejo, Samu Castilejo, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ne, kommt als Flügelstürmer zu uns. Und, ähm, ja, finde ich gut. Mir wäre der, ähm, Quincy Promps lieber gewesen. Ich nenne jetzt einfach mal so. Quincy Promps, geiler Name. Eigentlich hätte man schon wegen seinem Namen, hätte man sich ein Trikot von dem holen müssen, ne. Quincy Promps, Alter, wenn du so heißt, hast du alles richtig gemacht, ne. Wie ist der Name, Quincy Promps, Alter? Weil, Junge, der kann Gangster-Rapper werden, oder? Quincy Promps. Du kannst eigentlich auch eine Serie nach dem auf Netflix benennen. Quincy Promps. Echt ein geiler Name. Vielleicht nenne ich meinen Sohn so. Werden wir sehen, ne. Also, Quincy Promps, sein Trikot wäre safe gewesen. Aber man hat sich dann, äh, aufgrund des Bacca-Deals für das gelbe U-Boot aus Spanien entschieden. Und hat, ähm, Bacca dann in einem Tauschhandel mit Castilejo, ähm, recycelt, würde ich mal sagen. Und, äh, wir haben mit Castilejo auf jeden Fall einen geilen Flügelstürmer jetzt bekommen, der für mich als Backup genau richtig ist, ne. Der ist jung, der hat Potenzial, der hat durchaus was drauf im 1 gegen 1. Der kann Überraschungssituationen schaffen und hat noch einen miesen linken Fuß. Womit er auch mal aus der zweiten Reihe ballern kann, weil ich extrem wichtig finde, an Flügelstürmern, dass sie auch mal per Distanzschuss gefährlich werden können. Dieser Mann kann das, ne, und, ähm, ja, scheint auch sehr flink und schnell zu sein. Also, hat mir schon gut gefallen, soweit ich von dem gesehen habe. Aber, ja, ich hoffe, dass er auch körperlich in der Serie A klarkommt, weil Serie A ist nicht La Liga. Die Serie A ist rau. Die ist sehr rau im Gegensatz zur La Liga. Da kriegst du sie öfter auf die Knochen. Das, äh, Spiel ist körperbetonter wie in Spanien. Und, äh, ja, wird sich halt jetzt noch herausstellen, äh, wie er sich dann in Italien steckt. Aber ich habe generell ein gutes Gefühl bei ihm und finde den Transfer durchaus sinnvoll, ja. Und, ähm, ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ich finde auch die Ablösefair, kannst du nichts sagen in den heutigen Zeiten, wo ja die Ablösesummen schnell, äh, äh, ja, exponentiell steigen. Ähm, und da finde ich den Transfer gut. So, mit Pacayoko, den haben wir jetzt auch fix, ne, Nummer 14 hat der Junge bekommen und so. Locatelli wurde abgegeben, finde ich persönlich sehr schade, hätte ich persönlich auf gar keinen Fall gemacht. Ich persönlich hätte ihn nur ausgeliehen, ich hätte ihn von mir aus zwei Jahre am Stück zu Sassuolo ausgeliehen. Aber ohne Kaufoption, Freunde, ne, weil dafür der Typ, der, pff, hey, das ist ein Rossonero, Mann. Das ist ein absoluter Rossonero und ich verstehe nicht, dass man so einen Jungen ziehen lässt. Ja, er ist noch nicht so weit, dass er uns jetzt auf der Sechs direkt weiterhilft, weil er halt immer wieder seine Aussätze hat, die wir uns nicht leisten können. Aber in zwei Jahren, also ich hätte dann seinen Vertrag verlängert, hätte ihn zwei Jahre lang ausgeliehen an Sassuolo, hätte seine Entwicklung dort beobachtet. Und wenn er dann diese Aussätze immer noch gehabt hätte, hätte er es ihn immer noch abgeben können. Aber er hatte doch bei uns nie wirklich Spielrhythmus gehabt. Ja gut, unter Montella, glaube ich. Unter Montella hat er es gehabt, ja. Da hat er auch, da hat er gute Phasen gehabt, bis er dann angefangen hat mit seinen Aussetzern. Aber junge Spieler sind nun mal unkonstant und den jetzt komplett aufzugeben, finde ich einfach schade. Und ich denke einfach mal, jetzt mit der Verpflichtung Bakayokos, der ja auch noch sehr jung ist, hat man sich gedacht, gut, wir haben jetzt unseren Sechser für die nächsten Jahre und deswegen geben wir den Locatelli ab. Ja, ob das so eine gute Idee war, Freunde, werden wir noch sehen. Ich persönlich sage, nein, keine gute Idee. Aber ja, man versucht halt wegen Financial Fairplay wahrscheinlich Geld zu generieren. Und ich glaube, da haben wir ein bisschen zu schnell geschossen. Also, Locatelli, weiß ich nicht. Ich bin mir eigentlich sicher, dass der Typ langfristig eine Bombe wird. Und ja, für ihn persönlich ist es eine gute Sache. Sassuolo ist ein Klub, der sehr viel auf Talente setzt diese Saison. Die haben sehr viele junge Spieler geholt. Mit Boateng auch ein Führungsspiel. Also, Sassuolo wird eine sehr interessante Mannschaft diese Saison. Und ich werde es auf jeden Fall Locatelli weiterhin beobachten. So, das, ja, wie gesagt, das ist halt meine Kritik dazu. Bakayoko für mich, ja, wie gesagt, ich habe es schon mal gesagt. Eigentlich eine Lösung, die mir persönlich nicht so gefällt. Ich finde ihn gut, auch wenn aber Chelsea nicht gut war. Ja, er hat ein Jahr da nichts hinbekommen. Aber wie gesagt, habe ich schon in der letzten Folge erklärt, warum. So, und wie gesagt, ich finde einfach, wir brauchen, auch wenn Bakayoko schon da ist, wir brauchen unbedingt noch einen kreativen Mann im Mittelfeld. Wir brauchen noch einen kreativ starken Achter. Da kommen wir nicht drum herum, Freunde. Wir brauchen da noch jemanden, ne. Wenn Milinkovic Savic wird, ja, Bombe. Was, was, ja, ich will es nicht, ich will es nicht verneinen, ja. Also, ich glaube schon, dass da was dran ist, dass wir den versuchen zu holen und so. Aber, boah, ich weiß, das wird echt schwer. Vor allem, da muss er auch Ersatz für den finden, ne. Und, ähm, es ist nicht mehr lang. Es ist echt nicht mehr lang. Von daher habe ich da kein so gutes Gefühl. Rabiot wäre auch noch so ein Mann, ne. Er hat eine Vertragsverlängerung von PSG vor der Nase, hat aber noch nicht verlängert. Und hat nur noch ein Jahr Vertrag. Also wäre natürlich auch sehr günstig zu haben. Und wäre auch ein Mann, der uns aufwerten würde, ne. Also, einer von beiden muss kommen. Wenn keiner von beiden kommt, dann bin ich nicht zufrieden, Leute. Auch wenn Bakayoko da ist, dann glaube ich nicht, dass wir es einfach haben werden, Platz 4 zu erreichen. Weil wir brauchen da unbedingt noch einen Mann. Bonaventura ist, äh, nicht gut drauf. Ich weiß nicht, ob man sich auf den verlassen kann. Und was machst du, wenn er dann ausfällt? Wird es dann zwei, wie soll ich sagen, zwei... Ich will die jetzt nicht beleidigen oder so, aber Kessier und Bakayoko sind nun mal keine Spielmachertypen. Die sind auch beide nicht kreativ. Du kannst da nicht so zwei Haudegen hinstellen und erwachen, dass die dir Todespässe spielen. Die sind für die Arbeit gegen den Ball, sind die gut. Ja, die können auch mal ein Dribbling gewinnen. Die können auch mal hier und da einen Akzent nach vorne setzen. Aber wir brauchen eine richtige Maschine, Freunde. Wir brauchen eine Kreativmaschine und die haben wir noch nicht. Und da muss was passieren. Wenn da nichts passiert, dann... Weiß ich nicht. Dann bin ich nicht glücklich. Sagen wir es so. Gut, Freunde. Ich glaube, so weit war es das. Ja, ich glaube, ja. War alles gut. Ich habe ziemlich viel jetzt gesagt zur Situation. Ja, war alles gut. Alles klar, Freunde. Haut mir mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr denkt bisher über die Verpflichtungen und geplanten Verpflichtungen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann spätestens Freitag, Samstag wieder. Alles klar, Freunde. Haut rein. Euer Mr. Minister. Ciao.